Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Wenn man sich dieses Bild von den Bergarbeitern vorstellt, die die Kohle in das Schiff reinschaufeln, dann haben wir versucht, dieses Geräusch zu imitieren und sind dann auf die Flasche gekommen. Wir waren ja bei dieser Einführung hier und haben uns verschiedene Standorte angeguckt und haben uns dann gedacht, also dieses Schiff blieb uns halt so am meisten in Erinnerung und wir fanden das halt sehr schön, wenn man sich so vorstellt, dass halt die Sonne scheint und halt irgendwie auch mal was anderes zu zeigen als dieses im Bergbau, was halt so dieses Typische ist, wo man halt sofort denkt. Wir haben uns halt gedacht, diese Situation zu zeigen, wie die Kohle hier aufs Schiff geschippt wird, das Schiff dann halt den Fluss entlangfährt, das in die Stadt kommt und dann halt wieder weggeschippt wird und halt immer diese Unterbrechung von Musik, was dann halt von dem Alltag hier wieder unterbrochen wird. Applaus Reicht ihr das?